Ich bin Romane, ich bin Ski- und Snowboardlehrerin in Bellewald. Ich gebe euch 5 Tipps für den perfekten Skitag. Tipp Nummer 1. Gutes Material. Geh ins Skigebiet zum Sportgeschäft und lass dich gut beraten. Tipp Nummer 2. Buch eine Skilehrerin oder Skilehrerin im Gebiet. Wenn du das nicht machst, solltest du einen Pistenplan dabei haben. Tipp Nummer 3. Lese bitte die FIS-Regeln durch und weiss, wie du dich auf die Pisten verhältst. Tipp Nummer 4. Überschätze dich nicht und nehme lieber eine blaue Piste oder eine rote als direkt auf die schwarze. Tipp Nummer 5. Die Letzte ist das Wichtigste. Das ist Spass zu haben. Geh irgendwo einen Kaffee nehmen, gemütlich am Mittagessen. Du vergängst auch die Abraschkili.